Und zu mir geschaltet ist jetzt die Virologin Christina Nicolodi. Schönen guten Tag. Guten Tag. Frau Nicolodi, die Europäische Arzneimittelagentur empfiehlt weiterhin den Einsatz des Impfstoffes von AstraZeneca. Und das, obwohl er in seltenen Fällen zu Hirndrombosen führen kann. Öfter betroffen als Männer sind Frauen. Warum ist das denn so? Die Hintergründe dazu sind leider noch nicht vollständig geklärt. Da könnten sehr viele unterschiedliche Risiken mit einspielen. Wir haben jetzt momentan in etwa 160 Fälle diese seltenen Hirndrombosen beobachtet. Von insgesamt 34 Millionen geimpften Leute. Das ist relativ wenig. Die meisten dieser Fälle sind tatsächlich aufgetreten in Frauen unter 60 Jahren. Ob da aber tatsächlich noch andere Faktoren, wie zum Beispiel der hormonelle Status oder ein generell erhöhtes Thrombose-Risiko, dahinter liegen könnte, ist noch unklar. Würden Sie eine Anpassung der Impfpläne für sinnvoll erachten, dass also Frauen, die zu einer Risikogruppe zählen könnten, nicht mit AstraZeneca geimpft werden? Das ist derzeit anhand der vorliegenden Daten noch nicht ganz geklärt, ob es tatsächlich notwendig ist, diesen Impfplan auch anzupassen. Die Daten, die einzelnen Daten, die bis dato verfügbar sind, könnten darauf hinweisen, dass es tatsächlich ein erhöhtes Risiko bei jüngeren Frauen gibt. Das sind aber damals die Daten, die in der Statistik publiziert wurden, tatsächlich nur bei 5 Billionen verimpften Dosen. Wir haben mittlerweile 35, also es ist noch unklar. Und wir erwarten tatsächlich die genauen Statistiken, um das dann auch abzuwägen. Jetzt hat AstraZeneca angekündigt, dass es diese Woche zu einem kompletten Lieferausfall kommen wird. Wie sehr wird uns das denn beim Impfen zurückwerfen? Das ist unglaublich bitter, weil es uns tatsächlich wieder bremst in unserem Impfvorhaben. Man muss in Zukunft sehen und natürlich auch in den Verhandlungen gehen mit AstraZeneca, um abschätzen zu können, in welchen Liefermengen wir mit in den nächsten Wochen und Monaten rechnen können. Das war bis dato sehr undurchsichtig und leider Gottes bis dato auch nicht in den tatsächlich vertraglich gesicherten Dosen möglich. Und somit rechne ich mit einer kleinen Verzögerung. Am 19. April sollen die Impfstofflieferungen von Johnson & Johnson in der EU starten. Wird dann endlich der viel zitierte Ketchup-Effekt eintreten, dass also bildhaft gesprochen der Impfstoff sich über uns ergießen wird? Ich befürchte, dass das noch etwas dauern wird. Wir haben von Johnson & Johnson nur eine vergleichsweise geringe Menge gesichert. Nichtsdestotrotz hat er natürlich den Vorteil, dass er nur einmal verimpft werden muss. Das heißt, da hat man tatsächlich eine voll immunisierte Bevölkerung rascher als bei den anderen Impfstoffen. Aber es wird noch etwas dauern. Johnson & Johnson muss nur einmal verimpft werden, wie Sie gerade gesagt haben. Welche Unterschiede gibt es denn sonst noch zu den anderen bisher zugelassenen Impfstoffen? Wirkt er zum Beispiel gegen die aggressiven Mutationen? Er verwirkt gegen die britische Variante, ebenfalls wie die originale Variante aus Wuhan. Hat aber auch so wie die anderen Impfstoffe und auch die Adenovirus-basierenden Impfstoffe leichte Einschränkungen auf die südafrikanische und die brasilianische Variante. Das heißt, summa summarum, werden wir hier um eine weitere Immunisierung nicht drumherum kommen. Noch nicht in der EU zugelassen ist der Impfstoff von Sputnik V. Einige EU-Länder, darunter auch Österreich, bemühen sich jetzt aber um diesen Impfstoff. Wäre es denn sinnvoll, einen Impfstoff zu verimpfen, der in der EU noch gar nicht zugelassen ist? Das birgt ein gewisses Risiko. Man muss zwar dazu sagen, dass sehr viele Menschen, schon auch hier Millionen von Menschen global mit Sputnik V geimpft wurden. Und dass bis dato sehr wenig Sicherheitsbedenken aufgetreten sind. Also dürfte sehr sicher sein. Man muss auch sagen, dass Russland und die Russen sehr gute Impfstoffentwickler sind. Das habe ich aus eigener Erfahrung schon feststellen dürfen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich von Vorteil, auf die Zulassung zu warten. Wenn alles gut geht, rechne ich im Juni ungefähr mit einer Zulassung in Europa. Christina Nicolodi, vielen Dank für die Einschätzung. Gerne.